Donald Gennaro starrte Hammond an, der allein in der leeren Cafeteria saß. Der alte Mann löffelte seelenruhig ein Eis. Bei der Bedächtigkeit, mit der der alte Mann aß, lief es ihm kalt über den Rücken. Muldim glaubt also, dass die Kinder irgendwo im Park sind? Ja, das glaubt er. Dann werden sie sie bestimmt finden. Ich hoffe es. Ich bin mir sicher, dass wir sie finden. Schließlich sage ich allen Leuten, dass der Park speziell für Kinder gebaut ist. Für reiche Kinder, mit reichen Eltern. Aber Ihnen ist trotzdem klar, dass Sie vermisst werden, Sir? Vermisst? Hören Sie, Donald, wir sollten jetzt nicht in Panik geraten. Wir hatten einen kleinen Systemzusammenbruch, wegen des Sturms. Oder warum auch immer. Und als Folge davon kam es zu einem bedauerlichen, verhängnisvollen Unfall. Aber mehr ist nicht passiert. Wir kümmern uns bereits drum. Arnold bringt die Computer wieder in Ordnung. Muldim wird die Kinder aufspüren. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie zurück sind, bevor ich das Eis aufgegessen habe. Warum warten wir nicht einfach ab und sehen, wie sich das Ganze entwickelt? Wie Sie meinen, Sir? Ich glaube, dass Negri etwas mit dem Computer angestellt hat. Keycheck off. Safety off. SL off. Er versucht, die Sicherheitssysteme abzuschalten. Er will nicht, dass jemand sieht, was er vorhat. Genau. Und offensichtlich weiß er nicht, dass man die Sicherheitssysteme inzwischen nur noch abschalten kann, indem man den Schalter an den Hauptkonsole per Hand rumlegt. Das da unten, das ist der Knaller. Was zum Teufel ist das? Weißer Hase, soll das vielleicht ein privater Witz von ihm sein? Es ist als Objekt markiert. Mal sehen, wo das im Code steckt. Vielleicht finden wir heraus, was er macht. Find White Rabbit Object. Object not found in Library. Es existiert nicht. Dann suchen Sie den Quelltext durch. Da ist es. Es ist kein Objekt. Es ist ein Befehl. Hurensohn! Das ist überhaupt kein Fehler im Code. Nein, es ist eine Falltür. Der Fettsack hat etwas eingebaut, das aussieht wie ein Objekt, aber in Wirklichkeit ein Befehl ist, der die Sicherheits- und Peripheriesysteme miteinander verbindet und dann abschaltet. Damit steht ihm der gesamte Park offen. Dann müssten wir aber doch in der Lage sein, sie wieder auszuschalten. Ja, müssten wir eigentlich. Wir müssen nur auf den Befehl kommen. Ich werde jetzt einen Fehlsuchlauf starten. Mal sehen, was uns das bringt. Ich habe in der Zwischenzeit noch etwas anderes zu tun. Unser Freund hier war nämlich vor ungefähr einer Stunde im Kühlraum. Ich glaube, ich zähle mal lieber meine Embryos. Alan? Als Ellie die Tür öffnete, sah sie Muldoon mit einem in Plastikfolie eingewickelten Paket unter dem Arm auf dem Gang stehen. Es tut mir leid, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Die Landcruiser wurden vor ungefähr einer Stunde angegriffen. Wir haben Malcolm zurückgebracht, aber er hat einen Schock. Außerdem ist sein Bein übel zugerichtet. Er ist noch immer bewusstlos und ich habe ihn in seinem Zimmer ins Bett gelegt. Harding ist gerade auf dem Weg zu ihm. Harding? Was ist mit den anderen? Die anderen haben wir noch nicht gefunden, Dr. Settler. Oh mein Gott. Aber wir glauben, dass Dr. Grant und die Kinder noch am Leben sind. Wir nehmen an, dass die in den Park gelaufen sind. In den Park? Davon gehen wir aus. Aber im Augenblick braucht Malcolm dringend Hilfe. Ich habe schon Harding verständigt. Sollten Sie nicht lieber den Arzt rufen? Es gibt keinen Arzt auf der Insel. Wir haben nur Harding. Aber Sie können doch einen Arzt anrufen. Nein, alle Telefonleitungen sind tot. Wir können nicht hinausrufen. Was tragen Sie da unter dem Arm? Nichts. Gehen Sie doch bitte in Malcolms Zimmer und helfen Sie Harding. Okay, ich setze mich in Bewegung. Machen Sie sich um Dr. Grant und die Kinder keine Sorge. Ich kenne Grant schon lange. Er hat im Ödland schon einige gefährliche Situationen gemeistert. Wenn Sie wirklich im Park sind, Wer ist besser geeignet, die Kinder durch den Jurassic Park zu bringen, als ein Dinosaurier-Experte? Grant öffnete die Augen. Strahlend blaues Licht strömte durch die Torstangen des offenen Schuppens, indem er und die Kinder Zuflucht gesucht hatten und sich vor Erschöpfung schlafen legten. Das Tor des Schuppens bestand aus schweren Eisenstangen und war groß genug, um einen Lastwagen durchzulassen. Zwischen Geräten türmten sich Strohballen und Grashaufen. Auf einmal Quarzlicht. Der Strom war wieder da. Erschöpft und angespannt sah Grant auf die Uhr. Es war gerade halb zehn. Er hatte nur ein paar Minuten geschlafen und beschloss deshalb, noch ein bisschen weiter zu schlafen. Danach würde er sich vor einen der Bewegungsmelder stellen und winken. Im Kontrollraum würde man ihn entdecken und ein Auto schicken, um ihn und die Kinder abzuholen. Er würde Arnold sagen, er solle das Versorgungsschiff zurückrufen und dann konnten sie alle den Rest der Nacht in ihren Betten im Hotel verbringen. Gleich, in ein paar Minuten, er gähnte und schloss wieder die Augen. Jetzt habe ich dich, du Hurensohn! Was ist denn? Ich habe endlich den Buffet gefunden, mit dem ich den ursprünglichen Code wiederherstellen kann. Stromversorgung ist wieder zurückgesetzt. Heißt das, dass auch die Zäune wieder unter Strom stehen? Ja. Es wird in ein paar Sekunden dauern, bis sich die Spannung voll aufgebaut hat, weil wir 80 Kilometer Zäune haben und der Generator erst die ganze Kondensatoren aufladen muss. Aber in eineinhalb Minuten läuft die ganze Sache wieder. Und die Bewegungsmelder? Ja, auch die. Nicht schlecht. Nur drei Abschaltungen im gesamten Park. Viel besser, als ich erwartet hatte. Abschaltungen? Der Zaun schaltet sich in Abschnitten, wo es Kurzschlüsse gab, automatisch ab. Gennaro sah, wie die Karte immer unübersichtlicher wurde und sich mit grünen Punkten und Ziffern füllte. Was ist das alles? Die Tiere. Die Bewegungsmelder arbeiten wieder und der Computer ist gerade dabei, die Aufenthaltsorte der Tiere im Park festzustellen und von allen anderen auch. Sie meinen Grant und die Kinder? Ja. Wir haben den Suchbefehl auf über 400 eingestellt. Wenn sie da draußen sind und sich bewegen, wird der Computer sie als zusätzliche Tiere registrieren. Gennaro ging durch das Eisentor und betrat das Safari-Hotel. Im Foyer sah er Ellie Settler mit Handtüchern und einer Schüssel voll dampfendem Wasser auf sich zukommen. Wie geht es Ihnen? Überraschend gut. Gennaro folgte Ellie zu Malcolms Zimmer. Der Mathematiker lag auf dem Rücken in seinem Bett und Harding setzte ihm eben eine Infusion. Ah, Mr. Gennaro, Sie kommen mich besuchen. Jetzt sehen Sie, was passiert, wenn man versucht, mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen zu stehen. Er ist ziemlich voll mit Morphium. Nicht voll genug, das kann ich Ihnen sagen. Mein Gott, der ist vielleicht geizig mit seinen Drogen. Haben Sie die anderen schon gefunden? Nein, noch nicht, aber ich freue mich, dass es Ihnen so gut geht. Wie sollte es mir denn sonst gehen? Mit einem komplizierten Beinbruch, der höchstwahrscheinlich infiziert ist und langsam anfängt, ziemlich penetrant zu riechen. Aber ich sage es ja immer, wenn man seinen Humor verliert... Wissen Sie noch, was passiert ist? Natürlich weiß ich es noch. Glauben Sie, man wird von einem Tyrannosaurus Rex gebissen und vergisst das einfach? Nein. So etwas vergisst man für den Rest seines Lebens nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Was in meinem Fall allerdings nicht mehr sonderlich lang sein dürfte. Aber trotzdem, ich weiß es noch sehr genau, ich war ja selber schuld, Er war einfach zu nah, aber ich hatte eben eine heilende Angst. Na, auf jeden Fall hat er mich mit seinen Zähnen gepackt. Wie? Am Bauch. Malcolm hob sein Hemd. Ein breiter Halbkreis blutunterlaufender Löcher lief von der Schulter bis zum Nabel. Hat mich in sein Maulgeruch gehoben, einmal kräftig geschüttelt und dann wieder zu Boden geworfen. Ich war noch okay, natürlich total verängstigt, aber okay, bis er mich zu Boden warf. Beim Aufprall habe ich mir das Bein gebrochen, der Biss war halb so schlimm im Verhältnis. Hört sich für mich an, dass er sie nur halbherzig angegriffen hat? Ich sag's ja nicht gern, aber ich hatte ganz ehrlich nicht das Gefühl, seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu besitzen. Er hatte die meine natürlich ganz und gar, aber er wiegt ja auch acht Tonnen und ich nicht. Malcolm schloss seine Augen und schlief ein. Ellie trat mit Gennaro auf den Gang. Lassen Sie sich nicht täuschen, er leidet sehr. Wann kann ein Hubschrauber hier sein? Ein Hubschrauber? Das Bein muss operiert werden. Lassen Sie einen Hubschrauber rufen, der ihn von der Insel wegbringt. Einige Stunden vergingen. Donald Gennaro beobachtete, wie die Punkte und Ziffern auf der Glaskarte im Kontrollraum blinkten und sich veränderten. Was passiert jetzt? Ich versuche die Telefone wieder in Ordnung zu bringen, damit wir für Malcolm Hilfe rufen können. Arnold! Ja? Haben Sie diesen verdammten Zaun gesehen? Auf einem der Bildschirme sah Gennaro das von weit oben aufgenommene Bild einer Wiese, deren Gräser sich im Wind wiegten. Im Hintergrund war ein niederes Betondach zu erkennen. Das ist das Wirtschaftsgebäude im Sauropodenteritorium. Wir lagern dort Geräte, Futter und so weiter. Wir schwenken die Kamera, damit wir den Zaun ins Blickfeld bekommen. Gennaro erkannte ein Maschendrahtgeflecht, das im Licht der Scheinwerfer glänzte. Ein Abschnitt war niedergetrampelt. Sieht aus, als sei der Tyrannosaurier bei den Sauropoden eingedrungen. Gennaro erkannte es für Adam, der Verschillung ist 10-10-25. Wir gehen an. Bis zum nächsten Mal. Darf suppose Laytanu ist 20-10-25. Das ist es für ein Ife. Wir gehen an.